Fast alles, was du bisher gehört hast, ist eine gigantische Lüge. Heute geht es um die größte Gefahr in der Welt der Spiritualität, der Bewusstseinsentwicklung, der Welt von Menschen, die diese Dinge weitergeben, die mir aufgefallen ist, auf die wahrscheinlich die meisten von euch reingefallen sind. Und diese Sache bereitet mir Sorge. Und deswegen seht es meine Pflicht an, heute darüber zu sprechen, um aufzuklären, um dir einen Blick hinter die Kulissen zu geben, dass du sehen und fühlen kannst, was die Wahrheit ist und nicht auf diese Gefahr reinfetzt. Herzlich willkommen zur Raphael-Bettenkur-Experience, der Podcast für die grenzenlosen Seelen der Veränderung. In diesem Podcast nehme ich dich mit in die Welt der Energie und der Gesetze des Universums, sodass du die größten Quantensprünge in deinem Leben und Business erschaffst. Das ist der Weg zu einer neuen Welt. Auf geht's! Herzlich willkommen hier in der Raphael-Bettenkur-Experience zu einem neuen Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute möchte ich über eine sehr, sehr große Gefahr sprechen. Inzwischen bin ich seit vielen Jahren in dieser Welt unterwegs. Die Welt der Bewusstseinsentwicklung, die Welt von Energie, die Welt von Spiritualität. und habe auf diesem Weg sehr viele Lehrer, Mentoren, wie auch immer du sie nennen möchtest, selber kennengelernt. Menschen, die diese Dinge weitergeben. Und ich persönlich komme selber aus dem Marketing. Ich bin Marketer von Grund auf gewesen. Das war mein erstes Business, war eine Social Media Marketing Agentur. Und ich habe mich schon sehr früh sehr intensiv mit Psychologie beschäftigt. Für mich war es das Spannendste der Welt, zu verstehen, oder ist es, warum funktioniert unser Verstand, wie er funktioniert, warum tut er, was er tut, warum reagiert er mit A anstatt mit B auf bestimmte Dinge und, und, und. Ich habe mich sehr, sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Warum? Weil ich immer rausfinden wollte, wie können wir die Mechanismen unseres Verstandes, unserer Psychologie nutzen, um uns in eine Richtung zu bringen, in der wir uns als Menschen freier fühlen, glücklicher fühlen, erfüllter fühlen. Sodass wir diese Prinzipien nutzen, um in eine Richtung zu kommen, die uns befreit. Das Problem jedoch mit Psychologie ist, dass man auch genau das Gegenteil machen kann. Und dass dies seit jeher, seit dem Anbeginn der Zeit, genau so gemacht wurde. Und dabei gibt es ein Konzept, das sich Framing nennt. Framing ist, dass ich einen bestimmten Rahmen schaffe, um eine bestimmte Sache. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt irgendein Bild malen würde, ein Strichmännchen, ja, ein Kreis, Körper, zwei Beine, zwei Arme. Und ich würde jetzt auf einen normalen Zettel dies zeichnen und dir geben und dich fragen, hey, wie viel ist dir das wert? Was würdest du mir bezahlen für dieses Strichmännchen? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, gar nichts. Den Wert des Papiers vielleicht oder nicht mal jetzt das. Nun mache ich einen wunderschön goldenen Bilderrahmen um dieses Strichmännchen und hänge das in mein Wohnzimmer mit Beleuchtung dazu. Jetzt würde ich dir das zeigen und sagen, schau mal, ein wunderschönes Kunstwerk. Was denkst du, ist das wert? Und du würdest sehr wahrscheinlich schon eine ganz andere Summe sagen als am Anfang. Jetzt nehme ich das gleiche Bild mit dem Bilderrahmen und werde es in ein Museum bringen. Und in diesem Museum stelle ich eine rote Samtlinie, einen roten Samt, ein Samtseil da drumherum und stelle zwei Bodyguards neben dieses Bild. Und nun werde ich dich wieder fragen, was denkst du, was dieses Bild wert ist? Und du wirst natürlich eine viel, viel höhere Summe sagen als zuvor. Und das ist Framing. Der Inhalt ist genau derselbe. Was wir verändern, ist, wie er präsentiert wird. Und sofort verändert sich unsere gesamte Sichtweise auf die Sache selbst. Framing wird seit langer, langer Zeit, ich kann ja nicht genau sagen wann, seit langer, langer Zeit genutzt im Marketing, aber auch in der Politik zum Beispiel. Und Framing hat die Macht, alles in einem bestimmten Licht darzustellen. Man kann alles framen. Und wenn etwas richtig geframed ist, dann wirst du die schlimmsten Dinge als normal ansehen. Das beste Beispiel waren die Jahre 2020 bis 2023. Du weißt genau, wovon ich spreche. Dort wurde sehr klar geframed, dass das, was gerade passiert, gut ist, richtig ist, wichtig ist. Viele Leute sind mitgegangen und haben so schlimme Dinge getan oder auch andere in schlimme Dinge mit reingezogen. Andere klein gemacht, andere beleidigt. Es wurden Gruppen gebildet. Framing. Dieses Framing wird auch genutzt, um Kriege zu erschaffen. Kriege funktionieren nur, weil jemand framet, dass es eine gute Seite gibt und eine schlechte Seite. Die Gegner, die bekämpft werden, werden in ein bestimmtes Licht gerückt, geframed, als wären sie das Schlimmste, was existiert. Und deswegen müssen wir sie bekämpfen. Jeder Krieg, den du in der Vergangenheit dir anschauen kannst, ist genau so geführt worden. Der Gegner wurde immer geframed. So, warum erzähle ich dir das? Weil ich selber aus dem Marketing komme und ich weiß, wir können alles framen. Und ich sehe in der spirituellen Welt Menschen, die dieses Konzept gemeistert haben, die sehr, sehr gut daran sind. Und ein ungeschultes Auge sieht nicht, dass dort geframed wird. Denn ich weiß, man kann alles machen. Und wenn man gut ist, kann man es einfach immer als etwas Positives framen. Man kann Leute denunziieren. Man kann Dinge tun, die Schaden zufügen. Man kann den Ruf von anderen zerstören. Und die Liste ist unendlich lang. Und dann kann man es richtig framen. Und viele Leute werden sagen, oh ja, das war spirituell erleuchtet. So macht das ein Erleuchteter. So macht das jemand, der sehr weit ist. So macht das jemand, der im Einklang mit seiner Seele ist. Und ich beobachte diese Dinge und es zieht sich alles in mir zusammen. Denn das hat nichts mehr mit Wahrheit zu tun. Und es geht jetzt auch nicht, es ist jetzt nicht wichtig um wen oder welche Leute es geht. Ich möchte nur das Bewusstsein dafür schaffen, dass es das gibt. Dass es Framing gibt und wie gefährlich es ist. Denn Framing kann uns dazu führen, dass wir komplett unsere Wahrheit verlieren. Und wie kann ich durch diese Lüge hindurch blicken? Das ist, warum dieser Podcast auch so heißt. Alles, was du bisher gelernt hast, ist eine Lüge. Natürlich nicht alles, aber vieles, weil vieles einfach geframed ist. Und Framing ist ein absolut normaler Wesenszug des Menschen. Wir können gar nicht anders als Framing. Denn alles, was wir erzählen, hat immer einen Zusammenhang mit unserer Geschichte. Es gibt den sogenannten Confirmation Bias. Confirmation Bias ist ein System in deinem Gehirn, was dafür sorgen möchte, dass alles, was du denkst, tust und woran du glaubst, dass es übereinstimmt mit dem, was du bisher geglaubt hast. Es möchte bestätigen, dass deine Sichtweise der Welt wahr ist. Und so fokussiert sie sich nur auf die Dinge, die dir entsprechen, die für dich relevant sind und die deiner Weltansicht entsprechen. Alles andere wird abgelehnt. Das ist der Confirmation Bias. Den haben wir alle. Wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann ist der immer aktiv. Und wir Menschen framen immer automatisch. Wenn du zum Beispiel etwas erlebst, eine Geschichte erlebst, eine außergewöhnliche Geschichte, vielleicht auch ein Drama und du es jemand anderem erzählst, wirst du es immer aus deiner persönlichen Sichtweise erzählen, aus deinem Blickwinkel. Und das ist schon geframed. Denn wenn du jetzt die andere Person fragst, wird sie dir eine ganz andere Geschichte erzählen. Es gibt immer drei Arten, drei Sichtweisen einer Geschichte. Die Seite A, die Seite B und die Wahrheit. Wir sind einfach menschliche Wesen, die framen automatisch, die Dinge filtern, die Dinge nicht real wiedergeben können. Das ist total normal. Das heißt, alles, was du hörst, ist irgendwo gefiltert. Da, wo es aber schwierig wird, ist, wenn Menschen, weil es vollkommen in Ordnung ist, dass wir auch framen und dass wir filtern, aber da, wo es schwierig wird, ist, wenn Menschen sich bewusst darüber sind und Dinge machen können, die offensichtlich Schaden kreieren oder Leute in eine Richtung lenken, die Schaden kreiert und es immer wieder positiv framen können. Das sind Leute, die sich aus allem rauswinden könnten oder können. Und das sehe ich als sehr, sehr, sehr gefährlich an. Jetzt ist die Frage, Raphael, was ist denn die Lösung? Denn wie finde ich jetzt in den Lügen meine Wahrheit? Und da gebe ich dir eine ganz einfache Sache mit. Wahrheit ist etwas, was du fühlst. Wahrheit ist etwas, was du erlebst. Wenn wir zurückgehen zu 2020 bis 2023, ganz viele Menschen, die ich kenne, haben zu mir gesagt oder wenn wir darüber gesprochen haben, haben sie gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Sie haben direkt gefühlt, auch wenn ihnen die ganze Zeit versucht wurde, eine Wahrheit zu framen, haben sie sofort gefühlt, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Irgendwas läuft hier nicht richtig. Sie haben in sich die tiefere Wahrheit gefühlt. Die tiefere Wahrheit, die hinter dem Verstand liegt, der nur der Verstand framet. Das passiert alles hier oben. Framing in eine Richtung lenken, Psychologie, Beeinflussung, Manipulation, alles hier oben. Aber das Herz ist unmanipulierbar. Das Herz kann nicht in eine Richtung gelenkt werden. Es kann nur überlagert werden von dem Verstand, aber das Herz ist immer verbunden zur Wahrheit. Und das möchte ich dir unbedingt mitgeben. Wenn du dich entwickelst in die spirituelle Richtung, wenn du Bewusstseinsentfaltung verfolgst, vor allem wenn du in die Richtung von Zeremonien gehst und tiefen spirituellen Erfahrungen, immer genau zu prüfen, resoniert das mit der Wahrheit meines Herzens. Nicht, was für schöne Worte spricht die Person. Wie toll kann sie etwas erklären? Oh, ich projiziere ganz viel. Wir projizieren natürlich auch auf die Mentoren und Lehrer. Wir denken, diese haben alles verstanden, diese sind da ganz oben angekommen. Ganz gefährliche Sache. Hinter all dieser Projektion, hinter all diesen schönen Bildern, hinter all diesen schönen Gedanken, was ist die Wahrheit deines Herzens? Resoniert es mit Wahrheit. Das ist dein Kompass. Und wenn ja, dann ist es dein Weg. Geh tiefer hinein. Wenn nicht, dann halte dich davon fern. Mein Kompass ist getunt auf Reinheit, auf Wahrheit. Und mein Herz fühlt sofort, ob ein Mensch wahr und rein ist oder nicht. Und wenn es nicht ist, dann werde ich mich damit auch nicht beschäftigen. Weil ich weiß, wenn etwas nicht rein und wahr ist, dann schwingt immer etwas mit, was einen eigenen Vorteil sucht und was Dinge kreieren würde, die eben nicht wahr sind, nicht real sind und nicht gut sind. Und das möchte ich nicht unterstützen. Und ich nehme mich damit rein. Du darfst für dich immer wieder prüfen. Resoniert das, was Raphael erzählt und das, was er ist vor allem. Das ist wichtig. Nicht, was er erzählt. Das, was er ist, resoniert es mit Wahrheit in meinem Herzen. Und wenn ja, perfekt, dann bist du hier am richtigen Ort und dann freue ich mich total, dich begleiten zu dürfen, dich inspirieren zu dürfen, dich mitnehmen zu dürfen, dich erinnern zu dürfen. Aber wenn nicht, dann ist es vollkommen in Ordnung und dann solltest du nicht weiter hierbleiben. Ich möchte dich daran erinnern, dass dein Herz deine höchste Instanz ist, dass es total egal ist, wie toll jemand sich darstellen kann, was er alles Tolles erlebt hat, wie viel Geld er verdient hat, was für tolle spirituelle Erfahrungen er hatte. All das ist irrelevant. Wenn es nicht mit der Wahrheit deines Herzens resoniert, ist es nicht für dich. Und wenn es nicht resoniert und du dem trotzdem folgst, kann es problematische Folgen haben. Und da möchte ich dich daran erinnern, weil ich das gerade immer mehr sehe, sehr intensiv sehe, dass das passiert und dass Leute ihr Herz übergehen, sagen wir es so, dass sie ihr Herz übergehen, obwohl dieses die höchste Instanz immer, immer sein sollte. Niemand kann dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Niemand. Niemand kann dir sagen, was richtig und falsch ist, außer dein Herz. Und wenn du das meisterst, verbindest du dich mit einer Ebene und einer Wahrheit, die auf einem ganz anderen Level funktioniert. Du findest zurück zu deiner Seele. Du findest zurück zu deiner Wahrheit. Und das ist etwas, was man nur fühlen kann. Also, achte darauf in Zukunft, prüfe immer wieder mit deinem Herzen und dann kann dir nichts passieren. Du kannst nichts falsch machen. In der Wahrheit können wir vertrauen. Unserer Wahrheit können wir vertrauen, mehr als alles andere. Das ist, woran ich festlaue. Danke fürs Zuhören. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was denkst du zu dem, was ich gerade erzählt habe. Dann viel Spaß. Lass gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. Dein Raphael.